Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ideas Weekly am heutigen Hexensabbat, dem zweiten der vier großen Verfallstermine in diesem Jahr. Unsere kleine Chartshow zum Wochenschluss wird Ihnen präsentiert von der Societe General. Ich bin Sebastian Hoffmann von Primequants und wie immer kommen hier noch schnell die Rechtsinweise, denn dieses Video stellt keine Anlageberatung dar, dient also zur Information und spiegelt lediglich die Meinung von Primequants wieder. Das Top-Thema in dieser Woche war und ist natürlich Wirecard. Die Bilanzprüfer konnten den Abschluss. 2019 erneut nicht testierender der Verbleib von 1,9 Milliarden Euro. Immerhin ein Viertel der Konzernbilanz, die sich eigentlich auf Treuhandkonten in Asien befinden sollten, unklar ist an der Börse, sorgte der Bilanzskandal gestern jedenfalls für erhebliche Abschläge. Für die Aktie ging es mehr als 60 Prozent nach unten, wobei sich die Kursverluste heute nochmal ausgeweitet haben. Zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Videos am frühen Freitagnachmittag verliert die Aktie erneut über 30 Prozent. Im bisherigen Tagestief bei 19,26 Euro waren es zwischenzeitlich mehr als 50 Prozent. Damit notierte die Wirecard-Aktie auf dem tiefsten Stand seit Februar 2013. Konzernchef Markus Braun hat mittlerweile seinen Rücktritt bekannt gegeben. Während sich die Auswirkungen im DAX gestern allerdings in Grenzen hielten, zusammen mit Lufthansa und Covestro zählt Wirecard. Mit Blick auf die Marktkapitalisierung zu den Leichtgewichten im Index ging es für den TechDAX deutlicher nach unten. Das Technologiebarometer hat seine beeindruckende Erholung damit unterbrochen und könnte nun zu einem Test der 200-Tage-Linie ansetzen. Knapp darunter findet sich dann das Niveau mit den höchsten Umsätzen seit dem Ende der Finanzkrise. Und genau dieses Level spielt auch im DAX gerade eine Rolle und bildet dort im Bereich von 12.400 Punkten einen Widerstand, nachdem die Kurse zum Wochenauftakt die kleine Volumenspitze im Bereich von 11.600 Zählern auf den Prüfstand gestellt hatten. Grob lässt sich also sagen, dass sich der DAX nun in einer volatilen Seitwärtsphase befindet. Orientieren kann man sich dabei auch an dem August-Tief bei 11.266 und dem jüngsten Erholungstopp auf dem Niveau des Dezember-Tiefs bzw. der runden 13.000er Marke. Sollte hier der Ausbruch nach oben gelingen, würde sich das Ganze etwas freundlicher gestalten. Allerdings könnte es selbst dann wie im TechDAX beispielsweise nach einer Schließung der Kurslücke vom 24. Februar noch einmal zu Rücksetzern in Richtung Volumenspitze kommen. Unterhalb des August-Tiefs bzw. der 11.000er Marke würde sich das Bild hingegen wieder eintrüben. Ja, und wer im DAX gerne aktiv werden möchte, kann das auf der Long-Seite beispielsweise mit einem Unlimited Turbo Call Optionsschein mit der WKN CL9 ZDF tun. Die Scheine verfügen aktuell über eine Hebelwirkung von 6,9 und laufen endlos. Wer hingegen mit fallenden Kursen rechnet, kann dem gegenüber auf einen Turbo Put Optionsschein beispielsweise mit der WKN CL9 TK zurückgreifen. Die Derivate verfügen über eine Hebelwirkung von 7,0 und laufen ebenfalls endlos. Und dann natürlich an dieser Stelle nochmal der Hinweis auf die Free Trade Aktion mit der Consors Bank. Bis zum 30. Juni können dort nämlich alle Optionsscheine, Zertifikate und Aktienanleihen der Societe General ab einem Volumen von 1.000 Euro ohne Transaktionskosten gehandelt werden. Bleibt noch der Blick auf die Wall Street. Hier konnte der S&P 500 mit Unterstützung der FED, die ihr Notfallprogramm zum Aufkauf von Unternehmensanleihen erweitert hat, die 200-Tage-Linie zusammen mit der 3.000er Marke zunächst verteidigen. Der Dow Jones tut sich da nach der Inselumkehr etwas schwerer. Bislang gelang es den Kursen noch nicht, den langfristigen Durchschnitt wieder zurückzuerobern. Eine Verschnaufpause ist dann auch im Goldpreis angesagt. Der schiebt sich knapp oberhalb von 1.700 US-Dollar seitwärts. Für neue Impulse wäre also der Ausbruch über 1.750 und im Anschluss über 1.765 US-Dollar nötig. Mögliches Ziel dann die 1.800er Marke. Auf der Unterseite stützen derweil das Februar- und März-Top. Unterhalb von 1.660 US-Dollar könnte dann aber ein erneuter Test der 1.600er Marke und der knapp darunter verlaufenden 200-Tage-Linie an Kontur gewinnen. Silber hat die Corona-Delle nun mittlerweile auch wieder ausgebügelt, kam zunächst aber nicht über die 18-Dollar-Marke hinaus. Auch hier sehen wir also eine Seitwärtsbewegung, wobei auf der Unterseite die 200-Tage-Linie als erste Unterstützung zu nennen ist. Schauen wir dann noch schnell auf die Termine in der kommenden Woche. Am Montag tritt die neue Indexzusammensetzung in Kraft. Die Lufthansa verlässt den DAX für deutsche Wohnen. Am Dienstag könnte dann eine ganze Reihe von Einkaufsmanager-Indizes für Bewegung sorgen, bevor am Mittwoch der IFO-Index in den Fokus rückt. Und am Donnerstag dürfte dann die Hauptversammlung bei der Lufthansa für Schlagzeilen sorgen. Damit sind wir dann auch schon wieder durch. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut!